Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Ja, mal gucken, ob wir in diesem Part die Anführerbande finden. Musste gerade mal einen Sound wieder auf den Ohren leiser drehen. So, weiter geht's. Oh, oh, wer bist denn du? Nein, wie ging denn das nochmal zu blocken? Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie man blockt. Shit, ich weiß gerade nicht mehr, wie man blockt. Mit Y? Nee, war das nicht das Längerhalten? Mit X? Hm, Moment mal, Option, so wird gespielt? So wird gespielt? Steuerung. Äh, Staubschersäge und Geschosswerfen springen. Rennen. Wo steht denn das? Abwehr. Abwehr ist dann doch mit X. Gedrückt halten. Ja, okay. 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 Ja. Anscheinend habe ich geblockt. Ich finde, man sieht das nicht so super, ob wir blocken oder nicht. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Oh, da kommt schon wieder so einer. Ich hoffe, ich kriege die alle hin. Ich will nämlich nicht sterben. Ich will nicht sterben. Hallo. Was ist denn, ähm, Kampfkunststein-Dingsbums? Also hier haben wir unsere, ja, ich hatte ja das letzte Mal noch gesagt, ich gucke mal offline, ähm, dass ich ihn ausrüste und dies und das und überhaupt. Und das habe ich gemacht. Viel gab es da nicht zu tun. Und das hier, diese blauen Dinger sind wohl unsere, äh, Baupläne, die wir abgeben sollen. Die können wir irgendwie auch gar nicht, äh, benutzen. Dann kommt so ein Blop, Blop, Blop. Ähm. Was wollt ihr denn jetzt hier eigentlich von mir? Karte, Missionen, Materialien, das ist schön. Statistik ist auch super. Ach, ich kann wieder, ja, ich habe wieder und so. Äh, ja, geben wir mal Gesundheit. Warum nicht? Ja, wollen wir. Ich habe doch nicht noch einen, ne? Nee, ich habe nicht noch einen. Das ist also Kampfkunststein, wenn man Level-Up hatte. Ja. Okay. Ich mag Fidget. Die ist so, ah, okay, wo kommen die denn alle her? Alle tot? Glaub schon. Okay, hier regnet es ganz schön. Okay. Jo. Ist echt, ähm, schön hier gerade mit dem, mit dem See und so im Hintergrund. Mag ich. Das mag ich nicht. Ja. Äh, hat er mich jetzt gerade betroffen? Glaub schon. Gab es hier noch mehr Punkte? Ich habe immer das Gefühl, ich sammle nicht alles ein. Aber wer weiß. Wo laufen wir eigentlich hin? Okay, hier können wir auch nach unten. Nein. Aua. Nein, lauf, lauf, lauf das. Lauf. Nein, oh nein. Das war klar. Oh nein, wenn die hier alle kommen. Das ist echt fies. Ich will nach unten. Ich will nach unten zu euch Arschgeigen. Oh nein, nein, bitte nicht. Sag mir nicht, dass ich... Nein, verkackte Kacke. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Shit, ich wollte so nach unten drücken, sodass ich wieder, ähm, eine Ebene tiefer komme. Scheiße. Okay, wieder unser Level-Aufstieg. Dann also wieder hier ein auf Gesundheit. Jo, ist alles super. Und weiter. Okay, dann ziehen wir das jetzt schnell durch. Okay. Haben wir? Haben wir. Alles super. Gut. Die nächsten. Am besten so einer nach dem anderen oder auch alle auf einmal. Wie ihr eben wollt. Jo. Ja, ich... Das kann ich ja jetzt schnell überspringen. Das hatten wir ja gerade schon. Na komm. So, die habe ich jetzt auch schnell erledigt. Okay. Habe ich, habe ich. Schade, dass man nicht immer so ein bisschen zwischenspeichern kann, weil man stirbt ja doch auch schnell. Auf einmal kommt's dann. So. So. Oh, Mann. Läden aufgefüllt. Ah ja. So kann ich hier jetzt nicht runter. Ey, das ist ja blöd. Und die kriegen mich auch immer, oder was? Ey. Nein, nein. Oh Gott. Ich muss schnell was nehmen. Äh, das nehmen wir jetzt mal. Kann ich das überhaupt nehmen? Ja. Ich nehme den komischen, gruseligen Pilz. So. Leck mich. Was soll ich machen? Komm. Ja, kommt raus. Kommt raus, ihr blöden Viecher. Komm. Komm doch nach vorne. Wie gemein die sind. Hä? Ich bin hierher, Sir. Hallo. Mal wieder. Wir nehmen mal davon wieder so zwei Stück. Davon nehmen wir auch eine. Und so ein Huhn wäre ja auch toll, ne? Ich nehme mal so einen Huhn wieder. Und so ein Törtchen. Danke. Tschüssi. Man sieht sich. Boah, die sind echt fies, die Dinger. Nein, ich will gar nicht. Ich will doch gar nicht. Obwohl wir hätten eine ganze Menge halt zu verkaufen. Oder nicht? In den Verkaufsmodus wechseln. Und dann könnten wir doch hier Materialien. Davon haben wir doch so viel. Können wir da nicht so ein bisschen Geld mitmachen? Machen wir mal ein bisschen Kohle. Das wollte ich ja eigentlich offline machen. Aber ich bin nicht nochmal zum Händler zurückgelaufen. Von daher, naja. Ich weiß nicht. Ich behalte immer von allem ein bisschen. Weil ich nicht weiß, ob wir das noch irgendwie brauchen. Genau. Immer so Sachen. Wer weiß. Vielleicht ist auch wieder was dabei, was er noch nicht hat. Wäre natürlich gut. Oh, das Piepen war wieder. Ja, stimmt. Das habe ich heute noch nicht gehört. Immer wenn ich aufnehmen kann. Kommt das ja einmal am Anfang. So. Jetzt haben wir natürlich wieder ordentlich Kohle. Aber ich glaube, mit unserem Gesundheitskram kommen wir auch erst mal aus. Ich weiß es nicht. Äh, ich kann hier hoffentlich nach oben. Oder auch nicht. Was ist denn hier? Fidget sagt, ich soll runter. Ja, aber irgendwie muss ich doch hier weiterkommen können. Ich bin doch nicht bekloppt und laufe da wieder lang. Komm her. Du Vieh. Oh, ich will die kaputt machen, damit ich da immer langlaufen kann. Mach ihn fertig, Fidget. Okay, ich habe für irgendwas eine Errungenschaft bekommen. Oh, meine Energiereserven sind erschöpft. Behalte die brennende Weiße List im HOD im Auge. Fülle deine Reserven durch Nahkampfkombus wieder auf. Okay. Mach ich. Aber. Warum sagt Fidget, ich soll runter? Ich kann doch hier nicht lang. Das kann nicht richtig sein. Hier muss ich genau. Genau. Ich komme also doch oben weiter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und unbedingt speichern. Natürlich möchte ich das. Jawoll, ja. Da freue ich mich. Oh, da fühlt man sich gleich viel sicherer. Wenn man einmal die Energieleiste nicht im Auge behält. So. Und dadurch fühlt sich auch wieder meine Leiste. Oh nein. Er hat mich getroffen. Komm, 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 komm. Yippie. Alles mögliche an Gedöns. Eingesammelt. Oh Gott, meine Gesundheit. Mann, wie mache ich das nur immer? So. Komm, dieses komische Törtchen ist bestimmt auch gut. Und eine, so eine noch. Und dann haben wir es auch. Ich will da jetzt endlich ankommen. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit verloren, dadurch, dass ich einmal gestorben bin. Das Gefühl, wir kommen aber auch näher. Okay, da kann ich nicht lang. Kann ich da oben lang? Was ist das denn für ein Ding? Keine Ahnung. Aber hier sieht es echt schön aus. Echt total entzückend. Oh. Oh. Nicht so gemein, Dust. Okay, sie ist verstummt. Und das hört jetzt von alleine auf, oder was? Oh. 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 Okay, ich kann wieder oben lang, ich kann unten lang. Ich habe wieder so ein bisschen die Wahl. Okay. Na komm. Ich glaube, Fidget kann jetzt wieder reden. So, dass wir halt ihre Attacke wahrscheinlich benutzen können. Hier kann ich wieder speichern. Ich kann wieder speichern. Ja, 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 das mag ich gern. Kann ich hier runter? Nee. Lauf, lauf, lauf. Na komm. Oh. Wieder so ein Ding. Hä? Oh. 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 Hier hochkonzentriert. Und jetzt kommen wieder diese Dinge. Einen habe ich schon mal wieder platt gemacht. Ähm, umdrehen. Wie wäre es nun mal damit? Boah, ich hasse das, wenn er so in die eine Richtung seinen Wirbelsturm macht und dann nicht aufhört und, äh, ja. Man dann die ganze Zeit in die falsche Richtung steht, während die Gegner von der anderen Seite kommen. Fidgett, bist du da? Ja. Okay, ihr geht's gut. Sie sagt, ich soll wieder runter. Das mache ich aber nicht. Das werde ich nicht tun. Oder doch, ich werde es tun. Unfreiwillig. Warum sagt sie uns das aber? Das soll doch nach oben, oder nicht? Da ist wieder so eine Bombe. Nein. Nein. Nicht runterfallen. Komm, komm, komm. Nein. Mist. Die haben mich jetzt wieder so voll abgelenkt. Wo bin ich hier? Oh. Bei irgendeiner Brücke. Ist egal. Ich mache alle fertig. Vielleicht kommen wir ja jetzt zu diesem Dorf, wo das Mädchen lebt, von diesem Typen, wo wir Bescheid sagen sollen. Wäre schön. Scheiße. Mann, ich hasse es zu sterben. Dann muss man immer... Nö. Den ganzen Kram nochmal machen. Das ist doof. Hä? Wo war ich denn jetzt zuletzt? Weil von der... Äh, beides da... Das ist jetzt egal, ne? Neustes. Okay. Ach ja. Weil's so schön ist. Ja, nee. Ist klar. Ja. Was habt ihr euch so gedacht? Das mache ich aber nicht. Komm, das schaffen wir. Da ist eine Schatzkiste irgendwo. Okay. Ist okay, Leute. Ist okay. La la la. Voll die epische Musik hier. Leckeres Törtchen. Ne, das brauchen wir doch jetzt noch nicht, oder? Ach. Ich will die Kohle natürlich auch immer einsammeln. Das war klar. Den anderen hat den Schwabbel hier. Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Ich muss schon wieder was nehmen. Ich merke das schon wieder nicht. Nein, ich wollte das essen. Ich wollte das eigentlich essen. Was ist denn hier? Was sagt Fidget dann? Dass ich nach unten soll? Ich will nicht nach unten. Ich will wieder über die Brücke kommen. Ich will das diesmal schaffen. Von zwei Seiten auch immer. Diesmal habe ich ihn geschafft. Und diesmal habe ich wieder versucht, besser aufs Blocken zu achten. was echt nicht so einfach ist. Ich habe das jetzt aber auch keinen Schlüssel für die Schatztruhen wiedergefunden. Keine Ahnung, wo die sich verstecken. Ach, die kleinen Häschen. Das ist so putzig. Ja, hallo? Nein! Ja, ich habe keinen Schlüssel. Es ist blöd. Aber es ist so. Kann ich hier nach oben? Ja. Okay, das haben wir geschafft. Was ist jetzt hier? Jetzt kann ich hier nach oben? Mein Gott, wie lange es geht. Alles klar. Okay, ich will speichern. Ich will was nehmen vor allem. Das Risiko gehe ich nicht ein. Okay, geschafft. Gott sei Dank. Alles okay bis jetzt. Die sind immer Viehs, finde ich. Oh nein, da kommt so ein anderes Vieh. Das war klar, das schaffe ich nicht. Also zumindest schaffe ich es nicht, Fitche zu beschützen. Und, ähm, ja. Das ist doch ganz gut, wenn hier so ein Laden ist. Hallo, mein Freund. So, dann holen wir mal ein bisschen wieder was. Wir haben nämlich nichts mehr. Oh, doch, ein Törtchen wollte ich. Wenn ich kann. Machen wir das mal. So. Jo. Hau rein. Ähm. Nein. Aber ich habe irgendwas Tolles eingesammelt, wo ich nicht weiß, was. So. Nein, das kann nicht wahr sein, ey. Das war klar. Warum springt der immer so doof manchmal? Ja, jetzt komm. Rüber da. Ja, gut. Dann habe ich die Erfahrung noch nicht eingesammelt. Nochmal nach unten gehen habe ich jetzt keinen Bock. Was war das denn jetzt? Ein Stirbhalter unten. Mir doch egal. Oh. Sind jetzt alle tot. Okay. Toll, da sind ein paar Bomben. Ach, Gott sei Dank speichern. Ja, okay. Alles klaro. Ja. Machen wir. Ist super. Was mache ich nur mit den... Dingen? Dann hole ich ihn eben aus der Luft runter. So. Ich dachte eigentlich, wir würden hier... Ähm. Hallo? Wie viele denn noch? Ja, ist nicht optimal jetzt gelaufen, aber immerhin geschafft. Ja. Ich finde es cool, wie er immer so nach oben springt und die Gegner aus der Luft herunterholt. Und das habe ich auch noch nicht so irgendwo gesehen. Ach, wo kommen wir denn hin? Zur Schatzkiste wieder. Okay. Ja. Okay, da ist Feuer. Da können wir nicht lang. Ein paar Minuten für diesen Part haben wir noch. Ich mache mal 30 Minuten draus. Ähm. Und geht mir mal auf Verteidigung, oder? Auf Fidget? Nee, erst mal Verteidigung. Machen wir mal. Jo. Arsch, Arsch. Kommt mir alle nicht zu nah. Ich gebe hier mein Bestes. Ähm, ja. Ist okay. Wenn man die runterholt, hat man halt manchmal auch bessere Karten. Weil dann wenigstens, ähm, ja. Weil man sie halt, den Einzelnen zumindest, so schneller töten kann. Aber wenn so viele auf einmal kommen, dann wird's gefährlich. Die quieken immer so ein bisschen wie kleine Schweine. Oink. Oink. Gut, wenn wir schon mal hier sind. Ne. Haben wir geschafft. Einen anderen Weg sollen wir ja finden. Das ist natürlich die Frage für mich, wo? So. Die Bombe hat das Ding für mich kaputt gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt langen kann. Wenn wir da nicht langen können, was heißt dann? Oh, nö. Das sind einfach zu viele und es ist ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen nervig manchmal. Wenn man auch weiterkommen will. Also für alle, die ein bisschen ihre Aggressionen abladen wollen, ist das Spiel, glaube ich, auch ganz nett. Obwohl dafür ist es vielleicht ein bisschen zu süß. Und zu niedlich und friedlich dann doch. Aber man kann hier auch ordentlich rumkloppen. Auf jeden Fall. Fidget, helf mir doch mal. Was ist eigentlich, wenn ich hier weiterlaufe, ohne die anzugreifen? Oh, okay. Komme ich nicht weiter. Ich muss sie alle besiegen. Komm. So. Mit der Bombe habe ich sie alle platt gemacht. Auch schön. Rungenschaft bekommen. Nett. Danke. Schatzkiste und so. Hm. Ach, hier war ich bestimmt noch nicht. Haha. Hier können wir lang. Okay. Ich wollte gerade sagen, der ganze Weg zurück, das kann nicht richtig sein. Kann ich das mit einer Bombe machen? Oder nicht? Habe ich eine? Äh, hallo? Wie kriege ich das kaputt? Ich will auf die andere Seite kommen und weiß nicht wie. Tja, keine Ahnung. Aber wenigstens weiß ich jetzt ungefähr, wo ich vielleicht lang soll. Weil hier verletzt er sich. Ja, alles klar. Das wäre ja auch etwas merkwürdig. Ja, ich sehe das mit meinem Gesundheitsbalken. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen mal einen Cut und ich gucke mal, wo ich hier als nächstes lang kann. Vielen Dank fürs Reinschauen und schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.